bevor wir ihn kicken ok also ich hab mich schon wieder abreagiert ja ok keine angst dann lassen wir dich nicht aufstehen warte ich bin ganz kurz auf k ich bin jetzt nicht Killer oder so ganz kurz nur ok also ich kann da hochlaufen doch nicht ach ne nicht diese Drecks App doch was anderes hier äh darf ich fragen wer Braunbär ist? Bobi was muss ich denn hier machen? ah jetzt ist die Stimme hm? oder? also ein Granger war glaube ich gerade erst aber ganz unten nach unten gelaufen oder? ja irgendwo unten hm keine Ahnung ich ganz nicht beschreiben monty du bist doch gemütet mann ich glaube ich bin mit dem Muten nicht gemütet äh du mütest dich nicht und dann müt versuchst du es selbst mütet lass dich doch einfach entmütet und halt die Klappe der atmet ja echt so oder dann kommt Lexi ja ich habe jetzt gar keine Ahnung ich habe jetzt gar keine Ahnung die M wie ist das so? wie ist das ganz lange mal ganz ganz laut mal kann man Eisatmeln ich glaube ich es gibt alles einfach ja wir haben keine Ahnung ich hätte mich grad fast geworfen es ist 100% der Braunbär ja ich kann es halt einfach nicht sein weißt du? ja das war ich trust meinen Worten ja ja immer wir werden an deine Worte denken aber an meinem Muten ist shit oh gott es geht weiter ich habe keinen Ahnung was mache ich denn hier? ah wild äh im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 vor diesen reaktor dinge lag eine leiche das ist ein reaktor dinge die sabotage dingen da dieser turm da also linda kann es irgendwie nicht sein weil sonst hätte mich abgeschlachtet die du hast mich auch abschlagen können aber ich mache das ja nicht aber vielleicht hast du ein von den ich wäre ich schwierig aber keine ahnung ich glaube wenn man so alleine stehen wie du mich abgenommen macht das war aber schon ein bisschen ich hatte cool dann von vier sekunden langsamer gewesen hätte ich alle in einer runde abgeschlachtet jetzt kommt so lecce hier ich fordere die runde ein hier ist vergänglich hat den gefallen getauschen das geräuschchen jetzt die ganze zeit mit lecce herumlaufen aber dann hat sie gesagt guck mal dadurch dass oder einfach rücken geknallt richtig kaltmütig ja er läuft da so raus ich steche ihn so schön du stehst mich hat mir den knarrenkopf gehalten das hast du gemacht nein ich doch du stecher du aber warum hat es geben so viele gator oder witz so viele scheiß aber wenn du mal dass man dann 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 die Frage die dasteigungen und die dasteigungen ja so dass du mal ich habe das ich habe ich habe ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020